Ja, guten Tag, Axel Löwig. Ich würde Ihnen gerne ein Präquenus-Paket anbieten. Und zwar sind da zwei Flaschen Cremant de Bourgogne hier drin. Eine in weiß, eine in rosé von Albert Sonny von der Coute de Bon. Die kosten jeweils 13,80 Euro. Dann ist drin ein Champagner-Elner-Brut Zero-Dosage, also ohne Dosage, knochentrockend, 33 Euro. Dann ist drin ein Champagner-Elner-Brut in Normalausführung, also in weiß. Er kostet ja 29,90 Euro. Und der rosé-Brut kostet 31 Euro. Zusätzlich noch ein Champagner-Cuvée 736 Brut. Von Jacques Gesson, Marität, nicht überall zu kriegen. Der kostet 54 Euro. Sind also insgesamt sechs Flaschen Brickerdes. Bester Qualität natürlich. Und das würde normal 174,70 Euro kosten. Ich schicke es Ihnen frei Haus für 128,80 Euro. Also 45,90 Euro gespart. Wenn Sie lieber den vollen Preis bezahlen, lege ich Ihnen gerne sechs Champagner-Gläser von Elner dazu. Ideal Champagner-Gläser. Damit probieren wir immer Champagner. Dann kostet das, wie gesagt, 174,70 Euro frei Haus. Ansonsten ohne die Gläser, 128,80 Euro. Wenn es Sie interessiert, geben Sie mir irgendwie Bescheid. Sie finden mich schon eine persönliche Nachricht. Oder axel.hörig mit OE at t-online.de Dann kommt das an und ich freue mich. Dankeschön.